Ja Tag, wir sind in Odia, wir proben hier in Berndorf im schönen Schlachthof und ihr könnt euch jetzt hier mit uns angucken, schön im Internet, schön, schön, das ist der Dennis übrigens, hier ist noch ein Dennis, ich bin der Felix und ihr könnt euch jetzt unsere Musik ansehen, ihr kommt jetzt. Hallo, es ist eine Art Alternative mit einem lustigen Potpourri aus Verschiefenstremplingen, hauptsächlich Musik, wir versuchen harte Sachen und weiche Sachen zu kombinieren. Wir sind zu dritt, wir sind nur zu dritt, ja wir sind zu dritt, das ist richtig. Und jeder von uns bringt irgendwie ein bisschen was in der Situation, ich die Mikrowelle, ja wir versuchen das alles zusammen zu kombinieren und das kommt dann eben ordentlich an bei uns. Ich glaube der Hauptteil ist einfach, dass wir, wie jeder von uns hört, komplett andere Muka eigentlich, klar irgendwo alles Gitarrenmusik, aber die Stile sind halt, die Einflüsse sind halt so unterschiedlich, dass es diese Mischung dann irgendwie einfach das Spezielle ist, was uns raus macht. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020